ja hallo und herzlich willkommen hier zu dlp tv und wir sind wieder im wald bei the forest angelangt und ja ich sehe es gleich am rechten bildrand wir müssen was essen liebe freunde ja der letzte port war schon schrecklich genug also ich habe noch echt gekämpft habe mich dann irgendwann mal so mit mühe und not aus dem wasser rausgeschleppt und fragt nicht nach sonnenschein ich muss heute echt wieder meine umgebung im auge behalten ich möchte bloß schnell was essen und dann möchte ich hier weitermachen an meinen kleinen baumhaus und ja hoffe zumindest dass ich heute mal ruhe habe hier wir wollen es mal nicht beschreibe beschreiben und da kommt gleich das nächste essen das ist super das ist super super trupper reffelt heute okay kann man hier irgendwie kraften geht das irgendwie naja jetzt haben wir das handy in der hand nee gut also wie gesagt ich werde jetzt mal hier ein bisschen bäume fällen ich will jetzt endlich hier mal weiter kommen vor die nacht hier wieder einbricht vor diese elenden bastarde wieder kommen fällen wir erstmal den nächsten mulch essen muss man immer mitnehmen darf nicht liegen gelassen werden ach ist das schön 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 ist das herrlich wenn man jetzt bedenkt keine einwohner so einwohner keiner dadurch fressen will wer das doch eigentlich eine sehr angenehme sache wo ist denn jetzt mein baum hingefallen das ist auch immer so blöd hier so baumhaus komm her ja ich weiß jetzt nicht ob mir schön den strick irgendwo haben wenn ich müssen wir uns irgendwann mal in die höhle begeben und wir brauchen nämlich noch ein strick das weiß ich das weiß ich nämlich aus dem letzten port ja wie gesagt da müssen wir dann irgendwann mal suchen gehen vorher können wir das nicht fertigstellen packen wir den baum mit dem großen flau ja sauber danke darunter wollte ich sie gar nicht haben das war nicht geplant so wo ist mein baumhaus hier ja wir brauchen noch genug wir brauchen noch genug das ist schon mal fakt ja wir brauchen noch ein strick und bisschen holz also so viel ist es nicht mehr aber wir müssen dann irgendwie den strick finden also müssen wir dann irgendwann in so eine höhle kommen oder wir lassen wir gucken mal wo die wohnen gibt es nämlich meistens auch solche ich kriege gibt es jetzt hier noch ein holz also ein baumstamm so ein holz na gut ist ja auch nicht verkehrt ist ja eigentlich holz so fünf wir brauchen wir noch haben wir gleich mal hier den um wir sind schon wieder vollkommen am ende aber es völlig nachvollziehbar bei den ganzen stress was man hier hat so müssen wir mal kurz pause machen nützt nicht ja sieht ja eigentlich schon ganz gut aus ich freue mich schon wenn ich erst einmal hochkommen und wenn ich da mal in ruhig in ruhig in ruhig schlafen kann komm fall um hast du keine andere wahl so wir haben es gleich geschafft wo ist das nächste holz noch ein holz und ein strick ein bindfaden oder was das auch immer sein soll wo haben wir denn jetzt noch ein baum stück muss ich jetzt den ganzen baum fällen das ist doch jetzt nicht ernst oder das problem ist ja wir kriegen es ja nicht fertiggestellt also ich muss dann echt noch in die höhle des löwen so ganz unten voll natürlich j ey gefällt mir gefällt mir sehr gut so kommt fall um ich brauche noch einen von dir so dann darf man jetzt mal hier vorlaufen heute licht ist ja ganz gut heute haben wir ein bisschen ruhe war aber meinst man nicht beschreien so wir brauchen jetzt noch einen strick den haben und werden jetzt mal gucken gehen ob wir so einen windfaden finden vielleicht am flugzeug ich weiß wo die liegen aber ich muss jetzt erst mal das dorf von dem finden oder die höhle ist hier noch irgendwas vielleicht in den koffer auch guckt mal hier gut tag sammeln wir halt noch mal hier zusammen ich habe gleich noch mal zurücklaufen und speichern nicht dass wir getötet werden und es ist alles weg das war nicht so gut das würde mich tierisch ärgern ich kenne mich und ja ich weiche mir mal lieber ab so genau wir gucken jetzt mal kurz mein inventor was haben wir denn so schön ist haben wir den flechern gehen nehmen haben wir leider noch nicht wir werden noch etwas essen der kleine snack zwischendurch und werden jetzt mal weiter schauen ob man hier irgendwie doch was finden was uns wichtig sein könnte rock ja ich habe doch keine ausdauerung jetzt ja man sieht wir haben noch nicht alle geöffnet wundert mich eigentlich weil ich habe eigentlich alle oft gemacht gehabt noch eine taschenlampe das ist gut eine feder ja die nehmen wir natürlich auch mit schlacht da jetzt mal drauf ich doch truf genau so und wir laufen jetzt einfach mal hier querfeld ein und suchen uns jetzt einfach mal einen strick die liegen ja gewöhnlicherweise immer an den komischen dorf da wo die wohnen aber dafür müssen wir uns erst mal finden ach und wie er ist doch diese ausdauer nein was ist jetzt ob zwar zwar kurzzeitig mal auf mein desktop das tut mir sehr leid aber wir haben sowas gefunden ein strick ein strick und ein schwebende ein schwebender tisch nehmt nehmt und verschwinde aus diesem dorf aber bitte nimmt das zu essen mit hier komm her hunger so meine lieben freunde das heißt wir können jetzt unser haus fertig stellen das freut mich sehr 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 wenn es nicht irgendwas noch passiert ich renne jetzt mal auch wenn ich jetzt keine puste mehr habe ich werde jetzt hier durch rennen weil ich möchte das haus jetzt fertig bekommen hat ja lange genug gedauert und ja hier ist das flugzeug und dann werden wir wenn wir das fertig gestellt haben werden wir uns noch was bisschen was essen ein bisschen schlafen dass wir unsere gesundheit ein bisschen aufpassen und ja werden dann weiter schauen was man so schön ist noch bauen können werden unsere festungen oder unsere festung unserer lager ein bisschen ausbauen festung ein bisschen übertrieben wir werden noch mal was ich jetzt warum wie jetzt ich dachte kann man essen aha aha ist das nicht schön ist das nicht schön wir werden mal kurz speichern ach liebe freunde das haus ist fertig gestellt und jetzt können wir sogar hier hoch hangeln ist das geil oder ist es oder kommen wir jetzt gar nicht hier hoch wie kommen wir jetzt hier hoch wie kommen wir jetzt hier hoch hallo ah ist das nicht geil ist das nicht geil und das hängt an zu regnen das war doch sowas von abgesprochen das war doch jetzt echt abgesprochen so meine lieben also ich muss euch sagen wir haben einen sicheren ort gefunden wenn wir jetzt noch den strick hier hochziehen könnte wäre das eigentlich ideal aber nichts zu trotz wir können hier bestimmt schlafen oder können wir schlafen oder ist es einfach bloß nein wir können schlafen ist das geil ist das geil ist das geil werden wir gleich mal abspeichern und eine runde schlafen dass unsere energie einfach mal besser wird hier mitten in der nacht es ist kein gutes zeichen bei der forest und ich komme jetzt hier nicht mehr raus jetzt her geht's so wie uns sieht es ist mitten in der nacht ich werde hier unten heute noch ein lagerfeuer hinstellen ich werde jetzt nochmal schlafen gehen zumindest sind wir sicher das ist erstmal sehr sehr gut und wir werden jetzt unten noch ein lagerfeuer hinstellen dass wir wenn wir abends mal hier oben sind dass wir auch von unten etwas sehen wenn ihr weiß was wenn ihr weiß was iiih so wo ist denn jetzt hier am besten wir stellen es hier hin oh wir zuttern ganz schön also wir stellen jetzt mal so ein Teil hin ja wir brauchen noch Äste die haben wir natürlich im lager Stikis Stikis Stik so nicht wie ist der Licht an guckt euch das so ein ist das nicht schön ist denn das nicht schön es ist wunderschön machen wir gleich noch hier nochmal ein oh oh wie jetzt warum kann ich den nicht aufnehmen ist das jetzt auch neu ich schmeiß man halt hier hin irgendwie komisch Aua ja man sieht es ist eine gefährliche Ecke das gefällt mir aber das zu gefährlich ist das heißt dass die anderen es auch nicht leicht haben werden zu essen haben wir ja genug das sieht schon mal sehr sehr gut aus ich hoffe ihr seid stolz auf mich und ja was können wir denn jetzt noch so schön ein bisschen hin bauen eine Falle eine Falle ich stelle mir nicht was so schön ist hin wir stellen mal ähm oder nein 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 ha 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 h umbogen und dann könnte man die und deswegen wollte ich da eine falle hin bauen sie da rein rennen diese teppen scheiße war jetzt kriegst du mich nicht ob du kommst mit den strick nicht so hoch so am besten wäre es ja wenn wir uns so wie ein weg weiter bauen über den wolken also über den boden so dass wir gar nicht runter müssten das wäre eigentlich am besten so ist die haut ab ich komme drunter ja wie gesagt so eine kleine falle wäre doch gar nicht schlecht aber dann werden wir mal so eine hinstellen so was brauchen wir denn jetzt so schön ist vier große stämme zwei steine 19 stick ich durfte ich hier haben ja noch nicht ganz aber es nimmt schon vor mann so hier haben wir noch ein stamm das sieht sehr gut aus und da haben wir ja noch ein bisschen noch sammeln und ja dann stellen wir jetzt einfach hier eine falle hin dass wenn die mal nachts hier vorbeikommen sollten mich nicht zu belästigen dann rennen sie in ihren tod so so stickilistik nehmen wir auch mit äh ja holz stämme hier noch ein bisschen Tee für heute Abend steine brauchen wir natürlich auch stickies hier ist noch ein stein na guck mal wie viel wir noch brauchen steine sind weg zwei große stämme und drei stickilistik den kann ich irgendwie nicht mitnehmen komischerweise machen wir hier mal noch den busch weg Den Sticky Baum und ja, wir brauchen dann ja noch... Aha, da liegt wieder so schönes Zeug rum, das ist gut. Da müsst ihr ja langsam mal riechen. Werden wir gleich noch mal hier den Baum fällen? Und ist das nicht schön, dass unser Haus heute fertig geworden ist? Endlich mal ein sicherer Ort. Jetzt fehlt uns bloß noch eine Toilette hier, aber die ganze Welt ist ja eine Toilette. Ja, nebenbei möchte ich mich noch ganz herzlich bei Facebook bedanken. Ja, in meiner Gruppe und auf meinem Privatprofil ist es wunderschön, dass ihr meine Folgen so gerne schaut und verfolgt. Das freut mich sehr und ich hoffe, ich mache euch was Gutes, dass es was Feines ist und ja, werde es auch nicht aufhören damit. Definitiv. Ja, ihr könntet ja auch mal was dazu schreiben, wie ihr meinen Kanal so findet. Und ja, ist das denn nicht schön? Meine Falle ist fertig. Und ja, schreibt mir doch einfach mal bei Facebook oder hier bei YouTube, wie ihr meinen Kanal so findet. Was wir verbessern könnten natürlich. Das ist mir auch ganz wichtig. Das muss sein. Ihr könnt auch gerne kritisch darüber denken, weil nur so kann ich was verbessern. Oder was wir vielleicht noch machen könnten. Spielevorschläge oder Projekte. Da bin ich ganz offen. Und ja, liebe Freunde, guckt euch das an. Haus fertig, Falle fertig, Feuer fertig, alles fertig. Und was könnte man denn jetzt noch schnelles auf die Schnelle bauen? Und eine Popbank. Ja, nützt uns wohl nicht viel, aber macht bitte was her. Tun wir sie gleich so an die Falle hin. Da können wir dann die Leichen so schön betrachten, wie sie da drinnen kleben. Und ja, wir brauchen wieder zwei Stämme. Da hinten blicken noch welche. Ist ja sehr, sehr praktisch. Ja. Nur wer vorbereitet hat alles. So, ich hoffe zumindest, dass der Forest euch gefällt. Es wird sehr, sehr lang weitergehen. Also das wird schon mal gesagt sein. Und wir sitzen in der Falle. Ist das nicht schön. Gut. Ja. Damit hätte ich heute mein Tagesziel erreicht. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Auch wenn die Bank ein bisschen verkehrt rumsteht. Aber ist ja eigentlich genau richtig. Wir wollten ja die Leichen betrachten. Und ja, ich werde jetzt hier hochgehen. Ich werde das jetzt jedes Mal machen, wenn ich kurz vorm Ende bin hier. Und werde jetzt noch mal abspeichern. Und ja. Und damit würde ich jetzt sagen, verabschiede ich mich von der Folge 4 von The Forest. Und ich hoffe, es hat euch gespaßt. Äh, gespaßt. Spaß gemacht. Äh, die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Oder einen schönen Kommi. Und wenn es noch für ein Abo reicht, würde mich das auch besonders freuen. Ja, viele Grüße ins Facebook, die es gerade sehen. Und bei YouTube. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny bei DLPTV. DLPTV. B B ALL MA